Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Uno, schmuno, sag ich immer. What the fuck, hab ich auch für Karten, ey. Du gehst jetzt erstmal wieder in die andere Richtung. Ja, ich kann nur, ich hab nur zwei Karten, die keinen Effekt haben. Oh, nice. Wir sind immer in der gleichen Reihenfolge, wie im letzten Spiel. Ist das Zufall? Äh, weiß ich nicht. Äh, boah. Na komm, drauf geschissen. Ich musste irgendwann spielen, die ganzen Nullen. Hm. Mein Blatt mochte ich irgendwie lieber. Da, du, deins ist so... Ja, das ist weifarbig. Das ist echt, das ist echt okay. Oh. Weil es Christian neu ist. Ja, das gefällt mir auch ganz gut, der Blatt. Oh, jetzt bin ich aber eigentlich zufrieden. Oh, jetzt geht das erst wieder in die andere Richtung. Der hat nur noch drei Karten, der Junge. Oh, da guckt er ganz traurig, der Bram. Verziehen, finde ich nicht so cool. Oh, das muss ich gleich nochmal ziehen. Tja. Muss ich nicht. Schlamm. Nein, in den Wexer. Das hat mich jetzt voll erwischt. Alter, der macht dann sofort durch einfach. Moment, da waren ja aber ursprünglich meine. Man hat ihn ja doch auf der Hand. Und? Gott, weiß ich nicht, was er doch auf der Hand hat. Mach blau. Ich zieh, ne. Kannst du hier nicht. Blau? Naja, weiß ich nicht. Ja, ja, mach blau. Naja, keine Ahnung. Scheißegal. Ich weiß echt nicht, was er hat. Okay, ich guck mal nachher da. Das ist ein Fehler, Peter. Ja, ja, deine Mutter. Damit hast du doch verloren. Na, schade. Nein! Der hat nicht Uno gesagt. Ich hab gehofft, du hast noch eine Sieben behalten. Okay, jetzt müssen wir zaubern. Er hat Rot auf der Hand und so ein Ich-dreh-mich-im-kreis-gedöns. Das hier, also... Genau, das... Okay. Nice stuff. Erstmal noch nichts, mein Freund. Ja, ja, das ist gut, das ist gut. Ich will die Karten ja nicht zu Ende spielen, die ich hier hab. Ja... Immer direkt ins Rode. Also jetzt nicht Rot spielen, ja? Genau, nicht Rot. Dann kann er nix machen. Nehmen wir Rot. Wünsch dir Rot. Der muss eh ziehen. Nehmen wir... Tater Schmader. Dammit. Shit. Okay, damit hat sich der... Okay, komm, nehmen wir Rot, ja? Oh Gott. Okay, die Karten muss ich wieder loswerden. Die sind eigentlich nicht zu viel. Guck mal, da hat Dalu die so schön runtergespült. Die haben vorerst eine Runde, um auf neun hochzukommen. Oder zwei. Ah, ne. Ist nicht cool. Ein Zechtscheiße. Oh, ein Sechs. Oh, ich komm auch nicht mehr dran, also. Ne, ne. Entweder zieh ich oder ihr dreht wieder um. Jetzt kommst du dran. Jawohl, drehen wir doch hier an die bösartige Karte. Jetzt wisst ihr nicht mehr, was ich hab, ihr Schweine. Ja, doch, ich guck mal nach. Oh, ja. Alter, brauche ich viel zu lieben, dann hast du hier bitte. Ich hatte mich nicht über meine Hand beschwert, ja? Ja, puh, also. Hätt gern Gelb, Peter. Ach, komm, deine Mutter, Junge! Du hast jetzt kein Gelb, roh und eine blaue. Oh, ja, schwarzer, schwarz geht hier. Und, das ist scheiße. Weiß, aber super, dass du grün genommen hast. Hat er Dalu etwa kein Grün gehabt? Doch, hier, siehst du doch, hat so ein Sechs gereckt. Ja, Dalu, jetzt ist noch nicht der Zeit dafür. Jetzt ist der Zeit dafür. Jetzt ist der Zeit noch nicht gekommen dafür. Oh, nee. Ich zieh mal eine. Oh, ja, Peter zieht auch. Oh, fuck. Das ist doch scheiße. Ja, hier, jetzt kannst du mal, Dalu. Jetzt bist du am stillen, oder? Mit wem wird's enttäuscht? Ich nehme die mal. Okay. Na, setz ich mal aus. Hauptgleich braucht Pause. Na, das ist doch, das ist stressig hier alles. Ja. Jetzt nehme ich aber die. Rot, Gelb und der hat nochmal wünsch dir was. Und jetzt zieh mal Christian. Achso, blöd. Oh, okay, gut. Ja. Ich geh mir wieder an. Ja, kann ich verstehen. Der hat noch drei, der hat noch grüne und eine grüne plus zwei. Das ist nicht so gut. Dann nehme ich mir die jetzt, ja. Was ist denn hier jetzt gerade los? Ja, pass auf, dann nehme ich mir jetzt mal. Ich würde Dalu's nehmen. Ich würde Dalu's nehmen. Ja, nee. Dalu hat nur eine plus zwei dabei. Ja, aber da waren noch ein paar siebenen dabei. Das heißt, Dalu hätte die direkt wieder tauschen können. Ah, du meinst die hier? Ja, und jetzt kann Brank die nämlich mit Dalu tauschen. Das ist aber ein Nettfeder. Boah, krass, das ist ja... Dann hab ich richtig einen Regenbogen auf der Hand, muss ich sagen. Nee, den grünen Regenbogen, oder was? Ja, nee, wir müssen jetzt mal hier rot machen. Geh mir mal rot lieber, wa? Ja, das seh ich auch. Ich zieh dann mal eine. Oder zwei. Na, vielleicht zieh ich auch drei. Mal gucken. Ja, da hab ich auch... Ich hab die anderen nur gezogen, obwohl ich konnte. Ja, okay, verstehe. Wie häufig kann man eigentlich ziehen, obwohl man kann? Weißt du, äh, boah, unendlich quasi. Ja, okay, bin ich dabei. Boah, ja, komm, mach mal auch mal hier. Komm, eine vier, Christian. Jawohl! Guter Mann. Oh. Wir werden mit Peter Smits jetzt los. Oh, ich zieh da nochmal eine. Okay, Gruppenabstimmung. Hat der eher gelb oder eher blau? Ich glaub der... Moment, welche hatten der? Ich muss mich fragen, gelb oder blau? Nimm gelb. Ich weiß nicht mehr, welche er hatte. Ja, aber doch. Okay. Aber er musste nur eine ziehen. Ja, aber hat er immer noch gelb. Aber jetzt hab ich nur... Ja, aber jetzt wechseln wir noch blau. Ja, aber ihr könntet jetzt wieder wechseln, siehste. Oh, das ist doch gut. Ja, ich hab was Gutes. Ihr fiesen Penner! Na, komm. Dann lass auch auf Uno springen. Gön dir noch ein paar. Da ist noch Platz auf deine Hand. Das war jetzt bitter. Aber der hat's blau auf der Hand, ne? Ne. Ohne drei? Äh, hab ich nicht. Ich hab mir fünf in rot. Gelb ist nicht so Dalu's Karte. Christian, wechseln du mal wieder auf Gelb. Ja, machen wir noch mal ein Game, Dalu. Das war's. Vielleicht zieh ich ja was Nützliches mal. Arsch. Heddy, Arsch. McTiddy. Oh, ne, ne. Die ist auch noch nicht. Oh, ja. Oh, ja. Der Pedaleck hat, ne? Ach, komm schon. Das ist gerade voll spannend, Alter. Das macht mich wahnsinnig. Christian hat nur noch zwei Karten. Oh, ne, ey. Was machen wir denn da jetzt? Er sagt, Uno überlegt jetzt nichts. Dann fährt's auch cool. Oh, das hab ich doch nicht, Bram, Alter. Oh. Ja, das hab ich. So, was sollte ich mir wünschen? Was hat Christian nicht? Keine Ahnung. Weiß ich echt nicht. Lila. Nimm Grün. Nimm Rot. Hm. Ja, du kannst so oder so jetzt nichts legen. Okay, jetzt freut sich Christian, oder? Ja, jetzt hat er gewonnen. Dammit. Weißt du, hättest du mal Grün genommen. Oder Blau. Hab ich das gerade richtig gesehen, dass keiner mehr Rot auf der Hand hat? Oh, Mann, ey. Jetzt nichts drücken. Scheiße. Auch weitergedrückt, ne? Das war jetzt echt ärgerlich von den vier Karten. Okay. Ja, ey. Wollen wir vielleicht in die andere Richtung gehen? Ne, wir wollen plus zwei gehen. Jungs. Christian, mein Freund. Was denn? Oh, nee. Oh, der Ernst. Aber Peter wollte ja plus zwei legen. Das wäre ja auch okay dann. Jetzt können wir umdrehen. Das ist fine. Jetzt müssen wir auch Dallus-Karten haben. Oh, Moment. Jetzt darfst du aber auch nicht. Oh, ich wollte doch jetzt Peter einen reindrücken. Äh, da du weißt, was ich da nicht habe. Ah, okay. Oh, wechseln wir auf Yelp. Wechseln wir auf Yelp? Oh, lol. Oh, ich bin so ein Vollidiot. Na ja, da wollte der Schlagelhaus eigentlich nicht tauschen. Nein, natürlich nicht. Hm. Was hast du denn, Feines? Ich habe richtig gute Karten eigentlich noch. Oh, der hat noch eine schwarze plus vier und scheiße, die andere habe ich vergessen. Ja. Hm. Ihr müsst gleich irgendwie auf Blau oder so wechseln. Nee, Gelb war das aber nicht, Peter. Moment, ich muss anfechten, wenn er die nicht hat, wa? Ja. Oder wenn er Roten nicht hat. Er hat Blau. Konnt man jetzt sogar das alles sehen, wa? Scheiße, stimmt. Das kann man dann ja sehen. Das war doch ein Wawurf. Aber was für ein Blau? Welche Zahl? 6 oder 9. Weiß ich nicht. Weiß ich echt. Das war eine 5, bitte. Da habe ich nicht draufgeguckt. Ja, okay. Da kommt ja ein unschönes Spiel. Eine 6 oder eine? Neue 9. Okay. Next try. Jetzt auch mal ernst spielen, ja? Ja, okay. Ja, boah. Erst mal die nächsten Karten. Scheiße. Was hat denn Dalu? Dalu hat nur zwei Farben. Der hat nur... Das war deine, Peter. Ja, okay. Jetzt bin ich verwirrt. Welche hattest du denn jetzt? Scheiße. Jetzt wüsste ich eigentlich, wenn ich klug wäre, die von Dalu und von Fram die Karten. Das stimmt. Mann, warum denn? Der hatte kein Grün, das würde ich nicht anfechten. Der hatte kein Rot. Hey, das hat aber nichts mit Rot zu tun. Stimmt so, Mann. Mein Gott. Ich lege eine 9 in Rot. Das ist kein Problem, Peter. Ich habe zwei Nullen. Okay, cool. Dann ziehe ich jetzt meine Karte. Das war eine Karte. Das war wirklich auch cool. Oh, hey. Ich denke mal, der 4. Der hat die 0 noch cool, Bram, oder nicht? Ja, der hat die 0 noch cool. Aber wie ist dein Rot? Rot ist doch scheiße. Der liegt doch nur 0. Ich lege eine 4. Oh. Rot habe ich aber nicht. Ja, nein. Ich komme wieder in die andere Richtung, so. Alles klar. Ich lege bisher hin und her, Leute. Oh, shit. Oh, hey. Der hat eine rote 0 und eine gelbe, glaube ich. Ne, ja, Quatsch. Keine Ahnung. Ist doch viel zu warm, um sich so einen Scheiß zu merken, eigentlich. Also wirklich cool. Ja, hier. Ne, ach. Ach, Bram. Was soll denn das? Ich muss 2 ziehen? Ja, ich muss 2 ziehen. Ich dachte, du könntest weiterschieben. Ich dachte, wir machen jetzt 2, 3 Runden. Hm. So. Okay. Hast du eigentlich nichts erlegt, Peter? Jetzt hast du nur noch roh und gelb, Bram. Oh, ich habe auch nur noch blau und gelb. Was soll das denn? Nein. Du könntest ja eh nicht, Peter, oder? Doch, ich könnte wohl. Achso, habe ich mich vertan. Jetzt ist das schon ein bisschen wieder dran. Weil ich nicht kann. Ja, hast du. Ah, ne, okay, ja, komm dann hier. Scheiße, brauche ich ja gar nicht erst anpichten, ey. Ich hätte gerne rot. Oh, ne, das habe ich nicht. Ich hätte gerne rot. Oh, ne, rot habe ich aber nicht. Ne, 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 hier. Ach, ja, genau, Alter. Ich hätte gerne grünen, das war falsch. Sorry. Und ich kriege auch nichts zum tauschen. Ja, ich bin leider ausgesetzt. Ja, Aussätze finde ich gut. Hast du noch eine Aussätzenkarte, Christian? Ja. Du hast bestimmt gelb, hast du, war Peter? Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Oh, gelb hat er nicht. Das bleiben wir doch mal bei gelb. Ja. Das war jetzt scheiße von der da, da muss man ja einfach mal so sagen. Ihr müsst ja switchen, dann wechseln halt. Ich kann nicht switchen. Balliore 7 und 0. Scheiße. Einfraubenhaut, die dritte. Helb. Ich hätte gern grün. Ach, komm ey, da macht Christian noch Feierabend jetzt sofort. Peter kann ich bedienen, Dalo muss bedienen. Ich muss gar nichts, ja. Ich zieh. Ja, da kommt jetzt leider eine grüne 5 oder so, eine grüne 6. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Hallo. Hallo. Ich hab die letzte grüne beim Stabeln gesagt. War doch alles richtig, Peter? Jetzt zieht er eine 7. Wer willst du denn tauschen? Bleib doch nur da. Ja, das Problem ist, von der Anzahl reicht ja, ist ja nur Dalo, aber drei gelbe, eine rote, eine blaue hat Dalo. Dalo hat zwei 7 auf der Hand. Oh, hat er. Tut mir die mal. So, Freunde, ich spiel auch mal wieder mit hier. Erstmal eine plus 2. Ja, schön. So, Peter. Ah, blau hast du auch, okay. Ja. Aber du hast noch zwei 7en, oder? Nee, ich hab sogar noch mehr. Machst du gar noch mehr? Ich hab noch mehr. Was ist das? Scheiße, wie das war das? Zwei grüne Einsen und eine blaue Acht. Ja, ja. Ah, du hast nur noch zwei grüne Einsen. Wer hat nur noch zwei grüne Einsen? Ja, zwei grüne Einsen. Also keine Einsen legt. Äh, das ist ja puh, ne? Ja, boah, ich, äh... Na? Boah, was? Boah, vielleicht zieht er jetzt mal ein cooles. Zieh mal ein paar jetzt. Ja, da wirst du so nicht zu Ende spielen können. Kann ja mit der 7en beenden, ne? Da müssen wir aufpassen. Hm, wie wär's mit Rot? Wie gehst du mit Rot, ja? Hab ich nicht, das ist so ein Bait, weißt du? Na, ich verstehe. Rot ist kein Problem. Na, jetzt gehen wir auf Blau, Peter. Okay. Na, wofür sich mit meiner Maus, äh, zum Arm? Genau das ist ein Problem. Gehen wir mal lieber auf Kett. Jetzt zieht der Tat erst mal wieder. Jawoll. Hier. Oh, nee. Das ist jetzt, äh, hm, also puh. Hm, das ist jetzt in der Tat puh. Ah, ja. Schön. Wir machen auch mal grün. Oh, nee. Pfff. Pfff. Hehehe. Oh, je. Okay. Ah, natürlich wird nochmal die Richtung. Kann man auch dreistellig werden? Blau, was soll das denn da? Ich will auch mal mitspielen. Okay, nee, nee. Jetzt mehr hab ich aber nicht an Blau. Boah. Dieses Spiel kriegst echt in alle Löcher. Oh, mein Gott. Neun Karten und ich hab kein Blau. Was ist das für ne, für ne Hand, die ich da hab? Gelb will sie haben, okay. Gelb. Hast du jetzt Gelb nur wegen Dalu genommen oder hast du das Gelb wirklich? Aber Road. Gut. Dann ist er übelst dran. Ja, fecht sich natürlich an. Hat er die schwarze nicht gezogen, weil er nicht konnte? Ja. Gut, also. Wollen wir das System nochmal dahinter? Wenn man die nicht hat, muss er anfechten. Gelb. Wenn man bedienen kann, muss man anfechten, wa? Ja, wenn er nicht die legen musste, sondern eine andere hätte legen können, dann muss er anfechten. Ah, ha, 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 ha. Jetzt hab das gestanden, ne? Das ist ja... Puh, ist das, ne? Jetzt zwei Sieben aus dem Spiel. Und ich ziehe erst mal ein paar Karten, wa? Hast du jetzt blau gerade, wa? Nee, gehen wir doch einfach hier zu blau. Nee, nee, wir gehen schön zu gelb wegen Dalu. Okay, gehen wir zu gelb. Dann spiel ich halt wieder die hier, ha? Nee, der hat doch kein Geld. Der hat die gerade gezogen. Aber ich hoffe auf eine Sieben. Das ist wieder die Taktik. Scheiße. Ja, dann könnte ich schon mit die sechs. Könnte schwierig werden, diese Runde. Ja, lass dich doch erst mal wieder ein Fack haben. Ah, guck mal, eine Fünf direkt. Das ist doch schön. Oh, nee. Hm. Das war jetzt, äh, puh. Ja, nee. Aber grün hast du, Peter, oder? Nee, also, ich will die nicht. Oh, scheiße, stimmt der? Oh, der hat das sein? Ja. Alter, wie viele hat der? 19 Karten, das kostet ja nur 19. Oh, 19 ist nur eine blöde Zeit. Ach komm schon, nein. Oh, Gott. Na, erst mal richtig. Rote Acht, die habe ich doch identisch gemacht. Nee, das zieh ich mal lieber. Mach mal Richtung 6. Ging jetzt auch lang genug in die eine Richtung, ne? Äh, Christa ist denn nicht dran, ey? Oh, wir sind eigentlich mal. Blau, Alter. Blau ist das schön, oder? Nee, blau ist kacke. Lass mal lieber rot machen. Da war kein rot und kein gelb, Alter. Aber das sind halt Karten. Doch, der hatte doch noch die rote 7. Die ist doch nicht weg. Die ist schon lange weg. Als ob die weg ist. Natürlich. Was ist hier gerade wieder los? Ja, wer darf auch? Ja, was hast du denn diese Karten eigentlich? Naja, ich habe 4, 2, 7 habe ich. So, hat er noch die rote 7. What the fuck ist da gelaufen? Das ist jetzt blöd, weil Brom hat eine 7. Eine grüne 7 hat er auch noch. Oh, scheiße. Okay. Okay, ich habe 17 Karten. Aber du hast doch noch eine 7. Ja, du möchtest eine Karten sicher wieder haben, oder? Eine grüne 4, blau 2, 7. Ich hätte gern die Karten. Hättest du die jetzt gerne, ja? Okay. Die sich da um die 3 Kettchen abrügeln. Ja, ist ja niedlich. Boah. Jetzt hat er noch 2 blaue Karten. Eine 2 und eine 7. Ja, du hast auch nur noch 3. Ja und? Aber ich kenne deine. Kennst du meine? Naja. Fehler. Gucken wir mal kurz deine Art. Das ist gut. Dann bin ich zufrieden. Weil jetzt hast du nämlich keine 7 mehr. Aber ist okay. Du auch nicht. Oh, scheiße. Das ist jetzt richtig dick. Oh. Oh, mega. Wie läuft es denn mit den Karten, mit denen du nichts tun kannst? Komm, Peter zieht doch mal auf den Pfarrer. Ja, Pfarrer, Alter. Was ist das denn jetzt hier? In diesem Match? Wie viel hast du davon gespielt? Ich weiß das jetzt auch nicht. Ich hätte gern blau, ja. Blau hat er aber. Oh. Ach, ist das so? Wie viel ist das jetzt? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Sehr gut. Oh. Den habe ich hier nach für eine Graupensuppe gezogen, ey. Ich habe hier auch nix, ey, nix habe ich hier. Du hast 17 Karten, ja, du kannst es immer bedienen. Oh no. Hatte der dann noch eine blaue oder eine grüne, würde ich sagen. Können wir irgendwie auf gelb oder rot? Ich muss erst mal ziehen. Ich zieh... Okay, geil. Willst du mich verarschen? Da konnte ich auch nix für. Das hat er automatisch gemacht, weil ich das machen soll. Ja, scheiße. Das ist natürlich jetzt echt kacke. Oh Mann, ey. Warte mal, das ist für ein schreckliches Spiel. Trotzdem vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.